Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des TC Ernsthofen. Aufgrund der aktuellen Lage wollen wir dich und unsere Vereinsmitglieder mit Übungen für zu Hause unterstützen. Mein Name ist Jonas Martin, bin hier Vereinstrainer und ein stolzes Mitglied des jüngsten Vorstands Deutschlands. Und das werdet ihr hier finden. Das war's für heute.